Musik Zu seinen 31. Volleydays hat der VZ Gleisdorf heuer eingeladen und fast wie jedes Jahr hat es auch heuer leider wieder durchgeregnet. Doch das konnte die Stimmung nicht trüben und so war beim Highlight des Vegans im Festzelt der Bär los. Für M-Sounds Resident DJ Speedmaster brachte das Zelt zum Kochen und auch sonst waren wieder alle Aktionen dabei, wie auch die 6 Meter breite Videowall. Unsere Videotechnik besteht aus insgesamt 12 Spielgeräten. Mit unseren beiden V4 können wir beide Leinwände bespielen, einzeln, also separat und auch so, dass wir ein gemeinsames Bild erzeugen können, wie wir es hier sehen. So wie geht's die nächste Neuversteller Neues aus S.O.I. Die neue Hitze von Go Ernst Okay, Berris Berris, Skrimstein Remy! Die neue Hitze von Goernstern! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und die Gutscheine, speziell den Reisegutscheinen, kann man sicher gut brauchen, oder? Natürlich, hier bin ich schon Urlaub geplant heuer und es passt genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und die Gutscheine, speziell den Reisegutscheinen, hier bin ich schon.